Am Morgen immer nach dem Frühstück schön die Zähne putzen. Da habe ich eine Idee. Ich setze mich an den Computer und konstruiere schnell mal was. Dann drücke ich es auf meinen 3D Drucker mit einem schönen blauen Filament aus. Ich nenne es einfach einen personalisierten Aufsteckbürstenhalter. Kurzer Check ob die Aufsteckbürste passen. Sofrieden geht man abends dann Zähne putzen. Sofrieden geht's. Gute Nacht. In der Beschreibung könnt ihr dieses STL-File herunterladen. Sofrieden geht's. Sofrieden geht's. Sofrieden geht's.